Maischberger, der Podcast. In dieser Staffel geht es um Macht. Wer sie hat, wem sie fehlt, wer sie anstrebt. Eine Stunde lang spreche ich mit den Mächtigen und mit Menschen, die für ihre Überzeugung kämpfen. Bei meinem Gast heute weiß ich nicht ganz genau, wo seine Überzeugung ist, aber dass er die Macht des Wortes nutzt, das weiß ich. Er gehört zu den erfolgreichsten Comedians Deutschlands und mit gemischtes Hack steht er seit Jahren an der Spitze der Podcast-Charts. Was also treibt ihm um? Warum glaubt er, jeden beleidigen zu können, ohne gecancelt zu werden? Und wie ist es mit seiner Lieblingsstadt Berlin in der Kindheit gewesen? Herzlich willkommen, Felix Lobrecht. Ja, hello. Hello. Sie sind in Berlin aufgewachsen. Stimmt das, Sie waren 17, als Sie zum ersten Mal zum Alexanderplatz, zum Fernsehturm sind? Ja, also ich habe das mal so anekdotenhaft so erzählt. Ich kann es jetzt natürlich nicht mehr factchecken, aber es kommt auf jeden Fall hin. Ja, so vom Grind her. Erklären Sie doch mal im Nicht-Berliner, warum in Berlin man in seinem Kiez bleiben kann, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, man müsste über den Kiez hinaus raus. Naja, im Gegensatz zu vielen anderen, eigentlich zu allen anderen Städten in Deutschland, hat Berlin ja nicht ein Zentrum. Also so ein Satz wie, wir fahren in die Stadt, der macht in Berlin gar keinen Sinn, weil Berlin hat quasi eine ganze Menge Stadtzentren und jeder Bezirk oder eigentlich auch jedes Viertel funktioniert auch in sich geschlossen. Also man hat eigentlich gar nicht die Notwendigkeit, da so wegzugehen. Also eigentlich lebt man in Berlin auch wie so ein Dorfleben, weil man im Endeffekt nur so in seinem 500 Meter Radius unterwegs ist. Ein bisschen mehr bezahlt. Und als junger Mann oder junger Mensch hat man ja eh, also der Radius wird ja umso größer, je älter man wird so. Ja, Sie sind in, ich kenne das Gropiostadt, weil ich Christiane F. gelesen habe, da sind Sie quasi her, Neukölln. Wir sind jetzt hier im Prenzlauer Berg. Wäre das was für Sie hier? Oder gibt es so klare Gegenden, da wohne ich, da wohne ich nicht? Sie sind jetzt glaube ich in Kreuzberg mit Blick auf ein Kotti. Ich wohne jetzt im Kotti, ja, ne, Prenzlauer Berg reizt mich nicht so. Ich finde die Gegend hier ehrlich gesagt ziemlich unsympathisch. Warum? Ach, weiß ich auch nicht. Das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu... Schwaben? Ja, das ist immer so klischee-mäßig, aber das ist mir irgendwie so ein bisschen zu brav und zu geleckt hier alles. Und auch mit Ost-Berlin habe ich nicht so viel am Hut gehabt. Irgendwie, ich bin glaube ich noch die letzte Generation, die noch so mit diesem Ost-West-Ding so ein bisschen aufgewachsen ist. Dabei sind Sie 88 geboren, also eigentlich ein Jahr vor dem Mauerfall. Ja, ja, aber irgendwie war so aus, also West-Berlin war irgendwie, war so ein cooles Ding zum Claimen. Das haben wir auch früher gut gemacht. Ja, nee, Prenzlauer Berg interessiert mich. Ich habe auch ganz wenig mit dem Bezug in meinem Leben zu tun gehabt. Also ich war hier so gut wie nie unterwegs. Ja, sorry, dass wir Sie hergeholt haben. Felix Lobrecht ist zu Gast in einem Podcast, der immer so beginnt, dass alle, die hier sitzen, die drei ersten Fragen beantworten. Wer ist die mächtigste Person in Ihrem Leben? Die mächtigste Person in meinem Leben? Also mächtig im Sinne von, was mich persönlich beeinflusst, dann entweder mein Vater, wahrscheinlich ist es dann wirklich einfach mein Vater. Ich sage einfach mein Vater. Das ist schwierig, schwierig zu beantworten. Das klingt nach einer guten Antwort. Wer ist denn die mächtigste Person in Ihrem Leben? Ich würde sagen, mein Sohn mittlerweile, mein Mann, wenn man es daran misst, dass man nicht mehr alleine über sein Leben bestimmt, weil da jemand anderes ist, der auch wichtig ist, so würde ich sagen. Naja. Ja stimmt, je älter man ist und je länger man zusammen ist, desto bürokratischer ist man auch so verschwurbelt, wa? Klang das jetzt so? Nee, also ich war gar nicht böse gemeint, aber irgendwann hat man dann so irgendwelche gemeinsamen Konten, Kredite. Wissen Sie, woran ich es festgemacht habe, dass ich jetzt mit jemandem wirklich zusammen bin? Na? Also wir sind ja Generation CD und Schallplatten, als man die Plattensammlung zusammengeschmissen hat. Da war dann irgendwie klar, okay, die wieder auseinanderzukriegen, das wird nix. Naja, witzig. Ich habe früher, wenn ich in WGs gewohnt habe, das immer so gemacht, dass man nicht irgendwie sich alles teilt, sondern jeder irgendwas mitbringt. Also du holst den Fernseher, dafür holst du die Couch, dass man das später wieder leicht auseinanderklamüsern kann. Jetzt wohnen Sie alleine, ne? Jetzt wohne ich alleine, ja. Beziehungsstatus unbekannt, steht überall. Ja. Bis auf die schwarze Krähe, die vor kurzem bei Ihnen eingezogen ist, wohnt da niemand außer Ihnen. Das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, ja. Ich habe lang genug in WGs gewohnt, um es jetzt sehr zu genießen, allein zu wohnen. Die zweite Frage heißt, wann haben Sie sich das letzte Mal ohnmächtig gefühlt? Ja, eigentlich die letzten zwei Jahre, coronamäßig halt, so, weil ja, also ich bin so, in meinem Selbstverständnis bin ich mit weitem Abstand an allererster Stelle irgendwie Stand-up-Comedian und Comedy findet live statt und einfach so alles, wofür ich die letzten zwölf, dreizehn Jahre gearbeitet habe und so nicht mehr selber beeinflussen zu können, wie das jetzt weitergeht. Also dieses Gefühl von Lärm in der Ohnmacht, das hatte ich auf jeden Fall die letzten zwei Jahre enorm. Jetzt wurde es zum Sommer hin wieder besser und jetzt geht es gerade wieder los irgendwie, dass ich, äh, ich hasse es immer, wenn ich Sachen nicht beeinflussen kann, die mich betreffen. So, und jetzt ist es gerade wieder so. Also planmäßig gehen wir im Frühling auf Tour und wenn man irgendjemandem am Anfang der Pandemie gesagt hätte, okay, Frühling 22, da hätten alle gesagt, ja, safe, also bist du, so. Aber jetzt steht auch schon wieder alles hier auf der Kippe. Schauen wir mal. Ja. Und auf einer Skala, ich interviewe ja, das ist ja der Unterschied zwischen... Ja, weil wir sind ja im Podcast. Ja, ich weiß schon, aber das ist ja meiner. Sie sind ja hier bei mir quasi zu Gast. Noch ist es meiner. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie mächtig sind Sie? Ich fühle mich nicht, ich fühle mich nicht sonderlich mächtig. Da bräuchte ich jetzt irgendeinen Referenzpunkt, wer jetzt, wer jetzt macht Level 1 und wer macht Level 10 hat. Ich sag einfach mal die Mitte, ich sag einfach mal 5. 5. Ich bin 5 mächtig. Ich hab wirklich gemeinsam hier mit Jens Holger, mit dem wir den Podcast machen, haben wir drüber nachgedacht, wo ist Macht in ihrem Leben. Und erstmal glaube ich, ist es der Mangel von Macht, weil es einfach einen Mangel von Geld gab. Kann man das so sagen? Also Geld ist einfach ein bestimmender Faktor dann, wenn man einfach keins hat. Ja, absolut. Das ist ein absolutes Privileg, wenn Geld kein Thema für einen ist. Absolut. Und ich glaube, deswegen ist für viele Leute, oder deswegen können viele Leute, die aus bürgerlichen Verhältnissen kommen, auch nicht nachvollziehen, warum irgendwelche Rapper beispielsweise, wenn die dann endlich mal Kohle haben, so mit dem Geld flexen. Oder irgendwie, warum das einfach so ein Paper Chasen, warum das so ein Thema überhaupt für Leute sein kann. Wann ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass Sie kein Geld haben als Kind? Eigentlich erst, ich war mal anderthalb Jahre auf dem Gymnasium, ich hab mir das mal angeguckt. Und da ist es mir eigentlich das erste Mal so wirklich aufgefallen, weil vorher so bei mir in der Siedlung waren irgendwie alle so plus minus gleich. Da gab es da irgendwie keine wirklichen Unterschiede. Aber auf dem Gymnasium, die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, in Berlin, Neukölln, in Rudow, die ist halt ein bisschen komisch, weil da hat man auf der einen Seite diesen sozialen Wohnungsbau. Gropiostadt. Ja, alles mögliche, grobe Stadt auch. Einfach sozialen Wohnungsbau und relativ dicht daran Einfamilienhaussiedlungen. Da ist der Kontrast relativ groß. Und bei mir in der Siedlung, das war jetzt ein sozialer Wohnungsbau, da waren wir alle mehr oder weniger gleich. Und auf dem Gymnasium waren dann so größtenteils die ganzen Kinder aus den Einfamilienhaussiedlungen. Und da habe ich das erste Mal so diesen Kontrast wirklich gemerkt. Weil sie ein LMB waren. Den Begriff kenne ich übrigens, habe ich erst gelernt durch Franziska Giffey. Es gibt die Schulen in Berlin, die haben LMBs und die anderen haben keine LMBs. Und es gibt Schulen mit sehr vielen LMBs. Lernmittelbefreiung, das sind dann die Kinder, die eben die Schulbücher vom Staat kriegen. So, ganz. Yes, yes. Die guten, die guten mit den Kaffeeflecken. Wie viel davon gab es in Ihrer Klasse dann? Auf dem Gymnasium war ich der Einzige. Ich bin dann da runtergeflogen irgendwann, mangels Verhalten. Mangels Verhalten. Mangels Verhalten. Und dann war ich auf so einer Gesamtschule in Zwickauerdamm, auch in Neukölln. Und da wurden schon von vornherein direkt die Ausgaben von der Schule ausgegeben. Also da hatte keiner Bücher dabei. Wie ist es Ihnen damit gegangen, dass Sie kein Geld hatten als Kind? Wie gesagt, als Kind ist es mir gar nicht wirklich aufgefallen. Es ist mir dann als Jugendlicher halt auf dem Gymnasium es erst mal aufgefallen. Es war mir aber auch ein Stück weit irgendwie, ja, auf eine Art irgendwie egal. Also ich habe mir da gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Die Sachen, mit denen ich mir so die Freizeit gestaltet habe, die haben kein Geld gekostet. Also ich war eigentlich immer nur irgendwie draußen, habe irgendwas gemacht mit meinem Kumpel, Fußball gespielt, irgendwie Breakdance gemacht. Und es waren alles Sachen, die kein Geld kosten. Also ich konnte mir schon, konnte mir die Zeit auch so irgendwie positiv, ich hatte trotzdem irgendwie eine coole Kindheit und Jugend. Keine sonderlich konsumreiche, aber trotzdem irgendwie eine gute Zeit. Keine sonderlich konsumreiche, klingt auch gut. Er war halt wenig bis gar nicht im Urlaub. Mein Vater hat fünf Geschwister, eine von seinen Schwestern. Die haben irgendwie, sind irgendwie in die Lausitz gezogen oder sowas, weil ihr Mann von da kam, glaube ich. Und die hatten halt so einen kleinen Hof da irgendwo an einem Feld. Also da haben wir dann so Natururlaub dann einfach bei meiner Tante gemacht oder so. Also da haben wir mal Urlaub gemacht, dann waren wir auf irgendeinem Bauernhof oder sowas. Also ich war jetzt nie irgendwie verreist oder Skifahren oder diese ganzen Sachen, die so normale Leute machen, die haben wir halt nicht gemacht. Keine teuren Klamotten und so. Er fragt sich, was ist normal. Bitte? Er fragt sich, wer sind die normalen Leute. Was Sie gerade gesagt haben mit den Rappern, die dann, wenn sie zu Geld kommen, dann die Autos und die Uhren und so. Das ist doch genau das, was Sie auch haben. Nein, also die Uhr, die Sie jetzt tragen, ist jedenfalls sehr golden. Keine Ahnung, was sowas kostet. Ich bin echt... 40.000. Okay. Fragen Sie doch einfach mal. Ja, das war ja eine Art zu fragen. Haben Sie doch gemerkt. Ja. 40.000. Das habe ich zum Beispiel tatsächlich nicht verstanden. Ich komme ja aus dem bürgerlichen Haus. Also mein Diplomingenieur, Sachbearbeiterin. Das heißt, also bei uns fehlte kein Geld, auch wenn wir nie besonders viel hatten. Ganz klassisch Mittelschicht. Also die Liebe für die Uhren habe ich nie kapiert, weil ich es einfach gar nicht so schön finde. Also haben Sie die Uhr, weil sie einfach teuer ist oder weil Sie es schön finden? Nee, ich mag die schon gerne. Ich finde die schon schön. Ich habe auch nur die. Also ich hatte vorher eine andere, die habe ich meinem Vater geschenkt, der sie nicht trägt, weil sie ihm zu doll ist. Aber ich weiß nicht, ob ich sie mir jetzt nochmal kaufen würde. Ich habe mir die relativ, also ich habe mir die quasi zu einem Zeitpunkt gekauft, wo ich sie mir gerade so leisten konnte. Und auch damals habe ich viel mehr so groß gebrandete, teure Markenklamotten getragen. Das hat sich jetzt auch alles wieder so ein bisschen runterreguliert. Also als der Kontrast wirklich neu war von gar kein Geld haben zu viel Geld, für damalige Verhältnisse auf jeden Fall viel Geld haben, habe ich das auch schon, hatte ich da Spaß dran und habe so viele Sachen, auf die ich mein Leben lang quasi verzichtet habe, weil ich darauf verzichten musste, so irgendwie gegönnt und nachgeholt. Aber jetzt irgendwie hat sich das auch so auf so einem normalen Level eingepegelt. Also ich habe eigentlich, ich fühle eigentlich ein relativ günstiges Leben, also ich habe nicht viele Fixkosten. Also ich habe halt meine Wohnung, die kostet halt Miete und ich esse irgendwie immer nur das, worauf ich Lust habe. Aber ansonsten, ich gehe jetzt nicht irgendwie zweimal die Woche shoppen oder so, also gar nicht. Ich lebe eigentlich wirklich relativ normal. Gab es denn, kurze Nacht, gab es denn einen Moment, wo Sie gemerkt haben... Was haben Sie denn getrunken gegessen eigentlich? Rotwein. Rotwein? Ja, und davor Glühwein. Auch roten? Roten Glühwein. Das nächste Mal lade ich Sie ein, mal sehen, was wir anderen dazu sagen. Wir haben sehr, sehr nette Leute da. Ganz alte. Anyway, ähm, gab es denn einen Moment, wo Sie gedacht haben, jetzt habe ich Geld? Weil ich habe gelesen, dass Sie sich früher den Dispo-König genannt haben, das heißt immer irgendwie von 0 auf 500 oder... Nee, nee, von minus 500 auf 0, das war mein Radius. Ähm, ja, den Moment gab es, aber jetzt rückblickend war das auch absolut gaga, dass ich das damals gedacht habe, aber ich habe, als ich meinen ersten Buch-Deal unterschrieben habe, bei Ullstein, das muss ungefähr so 2014 ungefähr gewesen sein, da bin ich wirklich vom Dispo-König auf, jetzt habe ich einen Deal über 40.000 Euro. Da dachte ich, ah, okay, krass, jetzt, jetzt habe ich es geschafft, mäßig. Da, da dachte ich das erste Mal, jetzt habe ich Geld. Und, ähm, habe dann auch direkt mir irgendwie so gesetzt, ich will nie wieder unter, ich glaube, damals waren es 10.000 Euro, ich will nie wieder unter 10.000 Euro auf meinem Konto fallen. Und blablabla, also nicht, also der Moment, wo ich dann wirklich objektiv einigermaßen viel Geld verdient habe, der war es auf jeden Fall nicht, es war der, wo es subjektiv viel Geld war. Haben Sie, haben Sie manchmal das Gefühl, das kann auch wieder ganz schnell vorbei sein? Äh, die, also, eine Karriere im Show-Business hat immer, glaube ich, ein Ablaufdatum, so, ich glaube, niemand kann sein Leben lang irgendwie ein bestimmtes Level an Fame halten, allein schon, weil man nicht endlos lang dieses Level an Arbeit, was das erfordert, damit man da irgendwie ist, das kann man einfach nicht leisten, so. Ich glaube, die Frage ist eher, ob man dann selber geht und in Würde geht oder ob man gegangen wird, ähm, aber ökonomisch mache ich mir jetzt erstmal nicht, mache ich mir erstmal keine Sorgen. Aber ich hatte eh, auch als ich noch kein, also gar kein Geld hatte, habe ich mir auch nie irgendwie, ich hatte nie Zukunftsängste oder Existenzängste, ich habe irgendwie, äh, immer, bin immer irgendwie klargekommen. Also, ich verdiene mein eigenes Geld, seit ich 16, 17 bin, so, und, äh, ich weiß einfach immer, wenn ich kein Geld habe, dann gehe ich halt wieder, mache ich halt wieder irgendeinen anderen Job. Also, ich, ich, ich werde immer klarkommen. Ich bin mit minus 500 Euro klargekommen, dann wissen die, was ich meine. Ja, aber jetzt haben Sie was zu verlieren. Jetzt habe ich was zu verlieren. Ja, weil Sie, weil Sie was geschafft haben. Jetzt sind Sie so. Ja, klar, es wäre schade drum, aber, äh. Ja, aber wie verändert einen das? Naja, es ist so ein bisschen so, wie das, womit wir angefangen, also womit wir unser Gespräch hier angefangen haben, äh, also Geld ist gerade kein Thema in meinem Leben, das ist sehr angenehm. So, weil früher, ob man will oder nicht, ob man sich viele Gedanken darüber macht oder nicht, es ist trotzdem immer präsent. Das ist einfach wie so eine graue Wolke, die über einem schwebt, so, die einen immer in seinen Möglichkeiten krass einschränkt. Und, äh, jetzt bin ich gerade in der komfortablen Position, dass ich in meinem Alltag einfach nicht über Geld nachdenken muss, so. Und das, das würde sich dann halt verändern, beziehungsweise das hat sich jetzt zum Positiven verändert. Ähm, naja. Mir macht Geld eigentlich am meisten Spaß für andere Leute, also, dass ich meinem Vater irgendwie monatlich Geld überweisen kann, sodass, ich habe auch einen Haufen Mitarbeiter mittlerweile, dass die davon leben können, ihre Familien irgendwie leben davon. Also, das, das, das macht mir eigentlich mehr Freude als jetzt, als jetzt für mich selber, weil ich, wie gesagt, gar nicht so ein, ich führe kein teures Leben, so. Felix Lobrecht ist zu Gast, es gibt in diesem Podcast, ähm, zwei Kategorien. Das eine ist die kurze Version, das ist der, ein Satz zu, ein Satz zu Cannabis-Legalisierung. Das ist mir emotional völlig egal, so. Äh, ich habe vor 13 Jahren aufgehört zu kiffen, deshalb ist es mir, also mir persönlich ist es scheißegal, aber juristisch und strafverfolgungsmäßig, äh, bin ich davon überzeugt, dass es Blödsinn ist, das zu kriminalisieren. So. Ein Satz zu Psychotherapie. Ja, äh, ich finde, unser Setting hier erinnert ein bisschen an, an eine. Auch unsere, auch unsere, unsere Altersgefälle auch. Waren Sie, war, das war unhöflich, ja. Waren Sie mal bei einer Psychotherapie? Ich gehe, ich gehe jede Woche zu einer. Ah, wirklich? Ja. Ich dachte, die haben da Sofas. Ähm, gibt's auch, aber mir ist es immer ein bisschen komisch, einfach auf so einem Sofa zu liegen, deswegen entscheide ich mich immer für den Stuhl. Und was machen Sie da? Äh, sitzen und quatschen. Und warum? Äh, ich habe ab und zu, äh, so depressive Phasen und auch einfach so, also es macht irgendwie total Sinn, seine Gedanken zu ordnen mit einer neutralen Person, die nichts mit irgendwas zu tun hat. So, so, weil alle anderen Menschen, mit denen man sonst in der Situation wäre, so, so ehrlich und deep zu reden, stehen ja in irgendeinem Verhältnis zu einen, so. Und, 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 äh, also bei mir ist es eine Frau, ich rede generell lieber mit Frauen meistens. Ähm, ja, bei ihr ist es halt so, die ist einfach eine, äh, ich mag die, die ist, ich weiß nichts über die, aber die ist cool und, aber die hat nichts mit mir und meinem Leben zu tun. Deswegen kann man sich doch da nochmal so anders irgendwie fallen lassen. Okay, insofern ist es dann doch keine Beleidigung, wenn Sie sagen, das ist ja wie bei der Psychotherapie. Überhaupt nicht. Grünhaarige Fabians. Boah, das ist gar nicht mein Thema. Das ist aber ein Ausdruck, den ich nur von Ihnen kenne und ich habe keine Vorstellung davon, wer das ist. Ja, das sind, das, ich hatte das, glaube ich, irgendwann mal, äh, als so, als so stereotypes Bild für so einen superwoken, äh, Twitter, Twittertypen, Twitterdeutschen. Äh, also an sich sind die mir komplett egal, sollen alle machen, was sie wollen, sollen alle glücklich werden. Okay. Auch, auch deren politische Überzeugung können, können die alle haben und ausleben. Hier sollen wir noch nicht auf den Sack gehen. Das ist das Einzige. Ein Satz zu Gregor Gysi. Äh, ja, Gysi finde ich sympathisch, den finde ich irgendwie witzig. Den würde ich auch gerne mal kennenlernen. Ich finde, der hat auch das beste Wahlplakat dieses Jahr. Da stand einfach nur, äh, irgendwie sowas. Ja, ich noch mal, ich brauche mal wieder Ihre Erststimme. Das finde ich trocken. Ein Satz zu Mario Barth. Kein Thema, so wirklich mit. Ein Satz zum Bergwandern. Zum Bergwandern, äh, finde ich, äh, ich würde es immer nicht wandern nennen, aber so durch die Natur in den Bergen spazieren, finde ich, finde ich, finde ich, finde ich cool. Mache ich viel zu selten. Äh, ich finde, Berge auf jeden Fall bedeutend spannender als so Strand und Meer. Also es ist so meine, so meine, meine Lieblingslandschaft. Also wenn ich dazu komme, dann probiere ich immer mal, irgendwie auch auf Tour, wenn wir mal ein Off-Day irgendwo im Süden haben, dann buche ich immer irgendein Hotel in den Bergen. Das finde ich irgendwie. Wenigstens eine Sache gemeinsam. Äh, ein Satz zu Fridays for Future. Ja, ähm, finde es krass, äh, was die machen und mit welcher Hingabe die das machen und finde es auch krass, dass die das in ihrem Alter so machen, weil, äh, ich in meinem Alter das auf jeden Fall, also ich, das hätte mich null interessiert. Das war so weit weg von meiner, also von meinem Leben so, mich für sowas Großes zu interessieren. Es ist wahrscheinlich auch ein Stück weit ein, ein, ein Luxus, den man sich leisten können muss, sich mit 14 so viel für sowas zu interessieren, was, was so wenig mit dem eigenen Leben zu tun hat, unmittelbar. Aber, äh, das soll, das soll jetzt die Leistung nicht schmälern. Ein Satz zu Bushido. Tja, wie für jeden Berliner in meinem Alter, auf jeden Fall ein Held meiner Jugend, jetzt zuletzt, äh, so ein bisschen, also eigentlich komplettes Interesse verloren und kann da auch nicht mehr so mit, mit relaten. Also, interessiert mich, ähm, ja, interessiert mich nicht mehr so. Ein Satz zu Führerschein. Führerschein, äh, klassisch, äh, nice to have. Nice to have, gut, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Aber zwischendurch war er weg, ne? Ja, mehrmals. Also Führerschein kann ich empfehlen, ohne Führerschein fahren kann ich nicht empfehlen. Hm. Und, äh, ja, ein Tempomat ist was Gutes. Ein Satz zum Twitter. Zu Twitter, finde ich fürchterlich, das ist keine gute Plattform. Doch, noch eine Gemeinsamkeit. Felix Lobrecht ist hier zu Gast. Ich würde gerne mit Ihnen über Neukölln reden, weil, ähm, Wuschkowski, der ehemalige Bezirksbürgermeister, hat zwar mal gesagt und das auch als Buch geschrieben und Neukölln ist überall, aber ich glaube das nicht. Und es gibt auch nicht wahrscheinlich das eine Neukölln. Mich interessiert als erstes das Neukölln Ihres Vaters, also Ihr Vater kommt aus dem Bezirk, Sie sind zwar in Münster geboren, ähm, aber dann eben zurückgezogen, als Ihre Mutter gestorben ist. Was für ein Neukölln war das von Ihrem Vater, im Gegensatz zu dem, was Sie erlebt haben als Kind? Tja, das müssten Sie wahrscheinlich meinen Vater fragen, aber was ich aus Erzählungen so mitgehört habe, auf eine Art ein relativ ähnliches. Es war deutscher, aber sozioökonomisch nicht groß anders. Also es war früher ein Arbeiterbezirk voller, voller, voller Deutscher und irgendwann, als ich dann da war, war es ein Arbeiterbezirk voller, äh, schlecht situierter Deutscher und schlecht situierter Migranten. So, und, ähm, was Heinz Buschkowski sagt, ohne den jetzt sonderlich sympathisch zu finden, Neukölln ist überall, äh, ich glaube schon, dass es stimmt, ehrlich gesagt, weil ich, es gibt in, in jeder, in jeder fucking Kleinstadt in Baden-Württemberg gibt's irgendwie, äh, äh, irgendein Viertel, was, was so ein bisschen so ist. Also, äh, das, was er damit meint, ist, glaube ich, einfach, äh, Armut, hoher Migrationsanteil und Perspektivlosigkeit. Und der hohe Migrationsanteil ist eigentlich nicht mal wichtig dafür, also, auch in Chemnitz und, was weiß ich was, in so Oststädten, hat man quasi genau dieselben Problemen, nur, dass die Jungs dann nicht Hamudi und Mehmet heißen, sondern Ronny und Kai. Kevin. Also, Kevin, ja. Ich glaube schon, dass es stimmt. Hm. Ich glaube, die, die, die schiere Größe ist der Unterschied. Und, äh, das macht natürlich auch was aus. Ähm, stimmt es, dass Sie sich als, als, äh, Junge häufig als Pole ausgegeben haben? Weil Deutschland nicht so gut war? Es hat Sachen auf jeden Fall einfacher gemacht. Ich habe mich nicht direkt darauf, äh, nicht direkter als, äh, äh, als das ausgegeben. Ich habe mich halt quasi so ein bisschen auf den Hintergrund meiner Familie mütterlicherseits irgendwie bezogen. Das, also, meine Großeltern sind Vertriebene aus dem heutigen Polen. Ich wusste selber nicht, was das jetzt, was das jetzt genau macht, was es bedeutet. Aber das hat es auf jeden Fall leichter gemacht, ja. Ihre Mutter ist gestorben, da waren Sie vier. Haben Sie überhaupt eine Erinnerung an Sie? Äh, ähm, keine. Das war jetzt wieder so eine Psychotherapeutenfrage. Ich ziehe Sie zurück, Leute. Rede da. Aber nicht wirklich, ne. Keine wirklich lebhafte. Ja. Ihr Vater, ähm, das finde ich beindruckend, der, er hat dann Sie und Ihre beiden jüngeren Geschwister, äh, mehr oder weniger alleinerziehend großgezogen. Nicht mehr oder weniger, komplett alleine. Die Familie der Mutter lebt in Neukölln und seine Familie, ne, seine Familie lebt in Neukölln. Hat die Unterstützung gegeben? Ja klar, also mein Vater hat, wie gesagt, fünf Geschwister. Ja. Also bis auf die eine Tante, die irgendwo da in die Lausitz gezogen ist, haben auch alle mehr oder weniger im Radius gewohnt. Die meisten in, ja, in Rudow und Neukölln. Meine beiden Tanten in, in, in Schöneberg und Kreuzberg. Und meine Oma auch, auch Neukölln. Äh, klar. Die waren, die waren auch viel da. Also gerade meine, eine Tante Ela. Und ich glaube, als wir kleinere Kinder waren auch viel meine Oma. Oder wir waren dann auch oft bei meiner Oma und so. Äh, aber das, das operative Geschäft hat mein Vater alleine geschmissen. Und er konnte deshalb auch nicht mehr arbeiten gehen oder jedenfalls nicht mehr so viel arbeiten in der ganzen Zeit? Ne, gar nicht. Also mein Vater hat, glaube ich, bis ich 15, 16 war, also auf jeden Fall meine Erinnerung hat er so, bis ich auf jeden Fall Jugendlicher war, keinen festen Job gehabt. Der hat hier und da mal so ein bisschen unter der Hand irgendwie was gemacht. Er ist ja Heiz-, äh, Gas-, Gas-, Wasser-Installateur. Also Gas-Wasser-Scheiße, hat er einmal gesagt, heißt das. Ja. Und da hat er so ein bisschen freiberuflich hier mal irgendwie für irgendwen, was ihr schraubt und da mal was ihr macht. Aber er hat jetzt keinen 9-to-5-Job oder sowas, gar nicht, bis ich Jugendlicher war. Und dann irgendwann hat er als, äh, hat er so als Hausmeister gearbeitet. Da war ich dann aber schon fast mehr oder weniger schon ausgezogen. Na. Wie, wie, wie viel Unterstützung haben Sie von Schulen erfahren in der Zeit? Also Sie haben ja schon gesagt, dann, genau. Ja, die Schulen. Also es waren ja mehrere bei Ihnen dann doch. Gab's da, gab's da irgendjemand, der gesagt hat, der Junge hat was im Kopf, den fördern wir mal? Oder war das eher so? Ja, sehr vereinzelt. Es gab einen Lehrer auf der, also auf dem Gymnasium gar nicht. Die, da gab's gar nichts. Ähm, auf der Gesamtsch-, also ich war auf der Clay-Schule, auf der Clay gab's mindestens einen Lehrer. Mein damaliger Klassenlehrer, Herr Block. Der war cool. Also eigentlich, ja, der war, der war auch, wenn's auch so ein Lehrer, aber der war, der hat auf jeden Fall, äh, an mich und auch an meine Mitschüler geglaubt. So, der hat uns nicht von vornherein einfach nur wie so Affenkinder behandelt, sondern der wollte schon irgendwie das Beste für uns. Und ich hab, äh, auf derselben Schule auch ganz viele Lehrer erlebt, die, äh, gar nicht an uns geglaubt haben und uns das auch haben spüren lassen. Die uns irgendwie ganz unmissverständlich vermittelt haben, dass es uns eh nie was wird und so weiter. Ähm, ja, also ich hab eigentlich, ich hab Schule gehasst. Ich hab, die meisten Lehrer fand ich scheiße. Hab mich von den meisten Lehrern nicht ernst genommen gefühlt. Und glaub, dass sie mich auch nicht ernst genommen haben. Ich glaub, das war nicht nur ein Gefühl. Sie haben das Abitur über viele, viele Umwege gemacht und haben Sie am Ende, haben Sie das Ganze, den ganzen Kram ganz alleine gelernt? Also, autodidaktisch eine Abiturvorbereitung gemacht dann? Ja. Das ist erstaunlich, find ich, weil ich dachte immer, man braucht Lehrer. Sie haben bewiesen, dass man es nicht tut. Na, ich war da auch schon ein bisschen älter. Also, ich hab das Abi, glaub ich, mit 23 fertig gehabt. Und ich glaub, wenn man sich mit 22 selber dazu entscheidet, das Abitur irgendwie machen zu wollen, äh, ist das eine andere Motivation und Grundvoraussetzung, als wenn man irgendwie so als 16-, 17-Jähriger mehr oder weniger gezwungen wird, zur Schule zu gehen und das zu machen. Also, ich hab da, ich glaub, effektiv, würd ich sagen, zweieinhalb bis drei Monate für gelernt. Warst du ein gutes Gefühl, das zu haben? Ja, da war ich auch wirklich stolz auf mich. Und bin's auch nach wie vor. Und ich war auch richtig stolz auf mich, weil mein Bruder sich dann daran irgendwie ein Vorbild genommen hat. Der hat seine Schule genauso verkackt wie ich im ersten Weg. Und der hat dann auch das Abi noch nachgemacht. Auch über diese Nichtschülerprüfung. Ähm, das war auch eine ganz, das war auch hier in Prenzelberg, witzigerweise. Da hatte er irgendwie seine letzte Prüfung, Mathe, mündlich. Und ich hab ihn abgeholt. Und irgendwie war an dem Tag klar, wenn er irgendwie so und so viele Punkte hat, dann hat er das Abi bestanden. Und das war irgendwie mittags im Sommer oder so im späten Frühling. Und dann wollte ich ihn so abholen mit Bier. Einfach so geil, geschafft mäßig. Und dann hat das aber ewig lang gedauert. Und ich hab vier große Berliner geholt, das weiß ich noch. Hab dann da vor der Schule alleine gewartet wie so ein Triebtäter. Und hab mir dann, weil ich war aufgeregter als mein Bruder. Und hab mir einfach diese vier großen Bier da komplett alleine reingeschraubt, weil ich so aufgeregt für ihn war. Und als er dann rauskam, hat er sich voll gefreut. Und ich war schon so geil, ich war schon so alt besoffen, das ist ganz witzig. Der ist Ihr Tourmanager geworden, Ihr Bruder, oder? Ja, ja, also der macht, der arbeitet fulltime mit mir, bei mir. Und wir haben, also der ist in alles involviert, was ich mache. Hat auch seine eigenen Bereiche in der Firma, wo er komplett irgendwie der Chef ist. Ja, also wir haben quasi ein Business zusammen. Es hat angefangen als einfach ein bisschen mit mir rumfahren auf Tour, wo wir noch zu zweit waren, ohne Crew, ohne alles. Ich hatte ja noch nicht mal einen Führerschein. Da hat er so ein bisschen Merch verkauft und dann ist es so über die Jahre einfach immer mehr geworden. Und jetzt haben wir irgendwie richtig, richtig viele Businesses zusammen. Und ohne ihn wären Sie gar nicht auf die Bühne gekommen, weil er Sie zum Poetry Slam gebracht hat, zu dem allerersten. Ja, ja, voll. Stimmt? Ja, er ist damals auch aufgetreten, witzigerweise. Das hat ihm auch nicht so Spaß gemacht, er hat es noch nicht weiterverfolgt. Mir aber schon, ja. Aber ich hatte es schon immer viel mit meinem Bruder. Wir haben uns ja auch ewig, ewig lang ein Zimmer geteilt. Ich glaube, auch so bis ich 14, 15 war oder so. Ich dachte, Sie sagen jetzt, ich hatte schon immer eine große Klappe und deswegen ging das gut. Irgendein Talent hat man ja, wenn man da auf die Bühne geht. Das ist ja nicht so einfach und dann die Leute zu der Reaktion bitte zum Lachen bringen muss, dann kann man es, oder? Ja, aber es gab jetzt in meinem Leben eigentlich, also außer, dass ich immer schon witzig war und irgendwie viel gelacht habe und immer Freude daran hatte, so rumzualbern und so, gab es jetzt aber eigentlich nichts in meinem Leben, was darauf hingedeutet hat, dass ich später mal auf der Bühne stehe beruflich. Also ich wollte irgendwie als Kind berühmt werden, wusste aber nicht, womit. Aber es gab jetzt keine Indizien, wo irgendwie klar war, ja, okay. Also es gibt ja so Leute, wenn man dann so Geschichten hört, ja, der war immer der Klassenclown oder ja, der hat irgendwie mit fünf schon im Kindergarten irgendwelche Lieder gespielt oder so. Also sowas gab es bei mir gar nicht. Ich war jetzt kein Klassenclown, ich bin auch nicht so ein krasser Mittelpunktmensch eigentlich. Sie haben sich auf der Straße in Neukölln durchgesetzt. Wahrscheinlich ist das irgendwie eine gute Schule gewesen, nein? Nein, das habe ich durchgesetzt. Ich habe da irgendwie probiert, einigermaßen klar zu kommen. Ja, fünfmal gebrochene Nase oder so etwas? Naja, war jetzt einfach so ein kleiner Deutscher. Aber das ist ja noch keine, daraus lässt sich ja noch keine Bühnenkarriere ableiten. Nein, aber eine Schlagfertigkeit gewinnt man doch, oder? Naja, könnte man so drehen. Wobei Schlagfertigkeit eigentlich meistens nicht belohnt wurde. Du verstehst ja, was ich meine. Also auf irgendein, wenn man irgendwie so dusselig angewichst wird, dann irgendwie so einen dreimal lustigen Spruch zu haben, das ist eher teuer als, naja. Tanzen, Tanzen und Breakdance. Also das hat mir viel gebracht. Das war meine erste Bühnenerfahrung. Das hat mir viel Selbstbewusstsein gegeben. Generell Sport, auch Fitness und Kampfsport später. Daraus habe ich immer viel, viel Selbstbewusstsein gezogen und mich da auch voll reingehängt immer. Machen Sie das eigentlich noch? Kommt man noch dazu? Ja, zum Pumpen, ja. Also Fitness geht noch. Für Breakdance bin ich langsam auch ein bisschen alt. Das ist auch wirklich nicht gut für den Körper. Und um da besser zu werden, muss man auch wirklich drei, viermal die Woche trainieren. Da habe ich einfach nicht die Zeit zu. Kampfsport würde ich eigentlich gerne wieder machen, aber auch da dann mehr so aus, ja eher so aus Cardio und mir macht es Spaß Aspekten. Also wenn man da drin gut werden will, muss man da wirklich hart für trainieren. Früher haben wir viermal die Woche irgendwie zwei, drei Stunden trainiert und dann davor noch irgendwie eine Stunde Fitness gemacht. Also diese Zeit habe ich einfach nicht mehr. Es wissen ja die wenigsten, aber Sie haben tatsächlich Politik studiert in Marburg und nicht fertig, oder? Da fehlt noch eine Arbeit. Ja, da fehlt noch ein bisschen was, ja. Aber die Arbeit, also der Titel jedenfalls, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, finde ich interessant. Warum Comedy politischer ist als Satire? Das war mal so eine Idee, die habe ich mal im Podcast gepitcht, ja. Ja, ich brauche noch irgendwie ein, zwei Module, also ein, zwei Scheine und dann müsste ich mal diese alberne Arbeit irgendwie schreiben. Im Sommersemester habe ich wieder angefangen zu studieren und habe auch zwei Kurse gemacht. Das war halt online und jetzt im Winter, also jetzt dieses Semester hätte ich eigentlich weiter studieren müssen, aber das war dann wieder ein Präsenz und Präsenzunterricht kriege ich zeitlich nicht hin. Und ich wohne ja offensichtlich auch nicht in Marburg mehr. Deshalb habe ich jetzt dieses Semester einfach gar nichts gemacht. Aber wollen Sie es denn zu Ende kriegen oder nicht? Ich will es eigentlich zu Ende kriegen, ja. Ich habe irgendwie so ein bisschen die romantische Vorstellung von mir selber, dass ich irgendwann mal aufhöre, so mit Comedy und so, oder wenigstens mal pausiere und dann irgendwo ins Ausland gehe, wo es schön ist und dann da einen Master mache. Okay. Die Vorstellung, also es ist so ein netter Gedanke irgendwie. Klingt besser als Marburg jedenfalls. Das klingt, naja, Marburg ist eigentlich ganz cool, aber jedenfalls um das machen zu können, brauche ich offensichtlich den Bachelor. Ja, deswegen will ich den schon fertig machen und fürs Ego auch ein bisschen. Noch ein Corona-Winter und Sie sind da. Also Politik und Comedy und Satire würde ich gerne mit Ihnen reden, aber erst einmal, Sie haben ja ein Buch geschrieben, Sonne und Beton. Davon gibt es auch eine Graphic-Novel-Edition, die ich nur empfehlen kann. Sieht einfach toll aus. Franziska Giffey hat über das Buch einen Werbespruch geschrieben und das Ding ist verfilmt worden dieses Jahr und es kommt nächstes Jahr ins Kino. Ja. Und Sie spielen nicht die Hauptrolle? Nee, ich bin viel zu alt dafür. Die Jungs in dem Film sind ja, also die Hauptrollen sind 15, 16 so, 14, 15, 16. Aber Sie haben eine Rolle bekommen, oder? Nee, ich habe eine Rolle bekommen. Was spielen Sie denn? Das will ich nicht spoilern, aber ich bin zu sehen. Sind Sie nett oder nicht nett im Film? Nee. Kein netter? Nee. Gibt es überhaupt nette in dem Film? Die beiden Jungs, die Hauptrollen? Nee, ich finde eigentlich auch viele von den Jungs, die irgendwie da vermeintlich hart und kriminell sind, da kommt eigentlich auch gut durch, dass es eigentlich auch oft nette Jungs sind, die auch ein Stück weit einfach Opfer ihrer Umstände sind. Nee, ich finde eigentlich wenige Rollen durchweg nicht nett, aber ich bin eine von denen, die ich komplett unsympathisch finde. Wann kommt der Film? Äh, geplant ist irgendwie so September-Oktober mäßig, aber die Filmmühlen malen langsam, habe ich lernen müssen. Ich meine, wir haben ja auch vor drei Jahren angefangen, das Drehbuch zu schreiben. Das ist ja so ein unglaublicher Prozess alles. Äh, aber ich denke mal, das sollte, das sollte irgendwie hinhauen. Ja. Ich glaube, Film-Releases orientieren sich auch immer ein bisschen an irgendwelchen komischen Festivals. So, so wie sich Buch-Releases immer an der Frankfurter Buchmesse oder Leipziger Buchmesse irgendwie orientieren, so vom Timing her. All You Can Eat heißt das neue Programm. Äh, wir reden über Comedy gleich. Ja, es gibt hier den Fragebogen in diesem Podcast. Ähm, der geht so. Welcher historischen Person würden Sie gerne einmal begegnen? Ja, ich glaube, es wäre schon spannend, sich mal mit Hitler zu unterhalten. Ach, ja, dann schon mal auf die Zwölf, ja. Naja, es wäre schon interessant. Sie glauben, dass, dass das Ihnen helfen würde, was? Den zu verstehen, zu wissen? Nee, ich habe jetzt gar nicht so, äh, so, 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 äh, utilitaristisch gedacht. Ich habe einfach so, es wäre wirklich mal interessant. Also, ich meine, es ist ja der bekannteste Mensch auf der Welt, der die größten Verbrechen der Menschheit irgendwie begangen hat. Das ist ja schon mal interessant, sich da zu unterhalten. Sind Sie lieber dafür oder dagegen? Naja, nicht. Ja, mein erster Gedanke war, dagegen sein ist meistens einfacher, aber das stimmt nicht, weil dafür sein ist auch sehr oft einfacher, als gegen etwas sein. Meistens, also je älter ich werde und je mehr ich über Sachen nachdenke, desto mehr komme ich eigentlich immer zu der Erkenntnis, dass, ähm, beides nicht stimmt. Also, ganz oft sind Argumente Wahrheiten, die koexistieren können und dann ist es am Ende noch eine Frage, wie man Sachen irgendwie moralisch oder sowas gewichtet. Oder, äh, ich, ich, ich probiere auch mehr in Tendenzen zu argumentieren, als in so, so ist es mäßig. Also, ähm, ich werde ja auch sehr oft als widersprüchliche Person wahrgenommen, ich verstehe auch, warum man, warum, warum das so ist, aber ich verstehe nicht, warum das für viele Menschen so schwer zu verstehen ist, dass Wahrheiten koexistieren können, die, äh, auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen, äh, widersprüchlich daherkommen, so. Ich verstehe nicht, warum das so eine kognitive Leistung zu sein scheint. Weil es schwierig ist. Weil es einfach schwierig ist zu begreifen, dass es eben nicht die einfache Antwort gibt, sondern eben... Naja, aber voll oft ist doch so ein Abgleich mit der Realität, also lässt ja gar nichts anderes zu. Ja, aber man muss es ja aushalten können, dass man, äh, dass man nicht definiert dann durch den Raum geht, dass man nicht ganz klar weiß, das links, das rechts, das oben, das unten. Und das auszuhalten hat sehr viel damit zu tun, ob eine Gesellschaft in der Lage ist, irgendwie, äh, wie heißt das, Ambiguitätstoleranz. Ambiguitätstoleranz, ja. Ja, guck mal an. Ich glaube aber ganz viele Menschen... Der hat Politik studiert, ich nicht. Ich glaube, ganz viele Menschen haben einfach den Abgleich mit der Realität nicht. Die wollen ihre Position, welche auch immer das sind, äh, gar nicht mit der Realität abgleichen. Die Frage ist, welche Realität? Also die Realität ist für sie eine ganz andere, als wenn sie jetzt nochmal 20 Jahre zurückgehen in ihre Kindheit, äh, und mit jemandem, der, der an der Universität, äh, Dozent ist, die Realitäten sind einfach so unterschiedlich. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Deswegen kriegen sie es nicht so leicht, äh, auf die Reihe. Auch dann nicht, weil, weil, also, eine Realität, die Vergangenheit ist ja trotzdem nur eine Realität, aber ich meine sowas wie ein Abgleich mit der Lebenswirklichkeit, findet, glaube ich, bei vielen Leuten nicht statt. Aber ich meine eben deshalb, dass ja, der Unterschied ist, welche Lebenswirklichkeit nehmen sie? Ja, ja, das, ich, ich, ich sehe den Punkt schon, aber, ähm, das funktioniert trotzdem nicht, weil man ist ja in der Lage, jetzt natürlich, man kann sich jetzt nicht in alles reindenken und reinfuchsen, aber man kann irgendwie beispielsweise über das Thema Armut theoretisch reden und dann da Meinungen zu haben oder Theorien entwickeln, ähm, muss sich aber nicht damit auseinandersetzen, aber man könnte, also man könnte ja in diese Gegenden fahren, man könnte ja mal einfach irgendwie, äh, sich zwei Wochen lang irgendeine kleine Bude in Marzahn mieten, also man könnte das ja machen. Ich glaube, ganz viele Leute, ähm, haben gar keine Lust auf diesen, also diese, auf diese Anstrengung, so. Ja, das ist eigentlich ein Fragebogen mit kurzen Antworten, aber lange sind auch gut. Ja, das war gerade wie so eine, wie so ein Fragebogen vom Amt, wo man so richtig viel, richtig viel Infos in so, in so eine Zeile reinquetschen muss. Ich denke, immerhin. Was ist für Sie das größte Unglück? Boah, ich glaube, das muss richtig nervig sein, sich komplett in irgendeiner Ideologie voranzuhaben. Also egal in welcher, das muss richtig anstrengend sein, wenn man die Welt nur noch gefiltert durch eine vermeintliche Wahrheit irgendwie wahrnimmt. Und, äh, ab so einem gewissen Punkt ist das ja auch eine Einbahnstraße, also man kommt ja da auch nicht mehr raus, weil man sich ja dann irgendwann eingestehen musste, ah, okay, krass, ich war die letzten sechs Jahre falsch. Also deswegen, deswegen geben Leute ja dann immer noch mehr rein. Also das muss ganz schlimm sein, wenn man in irgendeiner Ideologie gefangen ist. Wofür sind Sie dankbar? Dafür, dass ich, ähm, mit dem, was ich liebe, äh, gut leben kann und, ähm, ich mein eigener Chef bin und, äh, ja, einfach so klassisch mein Hobby zum Beruf machen konnte. Halten Sie sich für einen guten Freund? Ja, schon. Man kann sich, äh, man kann sich, äh, man kann sich auf jeden Fall auf mich verlassen. Felix Lobrecht ist zu Gast. Verlassen kann man sich darauf, dass er Witze über alles macht. Über alles, wo andere schon längst gecancelt werden. Also Sie machen Witze über Ausländer, Frauen, Tiere, Behinderte. Äh, Sie haben mal gesagt, äh, es gibt kein Recht auf Safe Spaces. Gibt's überhaupt nichts, was Sie auslassen? Naja, also in Ihrer Aufzählung haben ja gerade auch Männer und Deutsche gefehlt. Das fällt ja nur keinem auf, weil das ja, weil man sich darauf geeinigt hat, weil man sich anscheinend darauf geeinigt hat, dass es okay ist, darüber Witze zu machen. Ja, weil Männer, deutsche Männer in Deutschland einfach die Mehrheit sind und, äh, Frauen sind jetzt auch nicht die Minderheit, aber über Frauen Witze zu machen, war halt lange Zeit irgendwie Usus. Ausländer sind eine Minderheit, äh, Behinderte sind definitiv eine Minderheit und ich kenne niemanden, der mit einer solchen Schutzbär auf die Bühne geht und über, äh, Behindertenparkplätze Witze macht, wie sie es tut. Ja, die Frage ist, über wen habe ich da Witze gemacht? Also habe ich mich über Behinderte lustig gemacht oder habe ich mich über Leute wie mich lustig gemacht, die sich darüber aufregen, dass sie gerade ihr, 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 ihr großes Auto nicht einfach da abparken können, so. Eindeutig. Ja, also ich glaube, es kommt voll, es kommt immer auf die, auf die Perspektive drauf an und irgendwie in so einem vorauseilenden Gehorsam Leute einfach aus Humor zu exkludieren, finde ich total Blödsinn und, äh, ja, also ich, 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 ich finde diese Selbstgeißelung von so Deutschen einfach so, ich, da, es ist, mach oder mach nicht, so. Und wenn du es machst, dann mach es gut und, äh, wie gesagt, ich bin in Neukölln aufgewachsen, ich wohne in Kreuzberg, Ausländer haben in meinem Leben immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt, so. Also, äh, es wäre total verlogen, wenn die nicht in meiner Comedy stattfinden würden, so. Machen Sie Witze über den Islam und über Mohammed? Weil mir ein guter Joke dazu einfallen würde, bestimmt, ja. War aber noch nicht im Programm? War nicht im Programm, ne. Schwarze? Klar. Transgender? Was Gutes dazu einfällt, ja, also ich würde, ich finde diese, diese thematische Limitierung, äh, ne, sehe ich nicht ein. Der Witz muss gut sein und er muss irgendwie, also ich probiere mich nicht über Leute lustig zu machen, weil meistens ist, ist es genauso wie bei den Behindertenparkplätzen-Jokes. So, es kommt im ersten Moment vielleicht irgendwie hart und, äh, über die Grenze hinweg daher, aber eigentlich mache ich meistens Jokes über mich selber. So, oder über, über ignorante Leute. Also, die Sachen, die drüber sind, die sind eigentlich immer aus einer Person gesprochen, die irgendwie den dümmstmöglichen Take gerade zu irgendwas sagt oder, also, äh, das ist einfach Comedy, so Comedy muss sich über alles lustig machen können. Na, interessanterweise sind wir in Zeiten, in denen eben vieles gar nicht geht, weil man eben den einen oder anderen Shitstorm bekommt und dann gibt es tatsächlich die, die gar nicht mehr auftreten können, weil es davor eine Menschenmenge gibt, die sagt, nee, der soll jetzt nicht mehr auf die Bühne oder die. Und dann wird man gecancelt. Wieso passiert Ihnen das nicht? Das habe ich mich gefragt. Na, entweder gibt es genügend Leute, die sich die Mühe machen, sich wirklich mit dem auseinanderzusetzen, was ich da sage, oder, und das ist auch so ein bisschen, nicht, äh, Strategie klingt so Machiavelli-mäßig, aber, äh, ich achte schon darauf, dass ich nur On-Demand stattfinde. Also, also, ich bin so selten, wie es geht im Fernsehen, ich prob, also, wenn man mich konsumieren will, dann muss man proaktiv sein Netflix aufmachen oder sein YouTube aufmachen oder sein Spotify aufmachen oder mein Buch kaufen oder zu meinen Shows kommen. Ich, ich setze mich selber den Leuten nicht vor, äh, und dadurch habe ich halt auch eigentlich größtenteils Leute, die, ähm, also, Leute kennen mich entweder nicht oder haben mich von sich aus gefunden. So, und, ähm, ja, ich, 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 ich finde auch die Grundidee von Political Correctness und so überhaupt nicht schlecht. Ja, ich finde es total wichtig, auf Diskriminierungsmechanismen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sensibilisiert zu sein. Ich glaube, wenn man das nicht ist, kann man darüber auch gar nicht sinnvoll Witze machen. Das Einzige, was mich an dieser Diskussion immer ein bisschen langweilt, ist, dass, und das ist auch das, was ich vorhin meinte mit der Ideologie, die, also, man kann nicht einen Maßstab auf alle Lebensbereiche anwenden. Also, für eine Journalistin müssen andere Regeln gelten als für einen Comedian auf einer Bühne. So, für einen Politiker müssen andere Regeln gelten als für XYZ. Und einfach ein, so eine Argumentationsstruktur auswendig zu lernen und das aufbiegen und brechen, auf jeden Lebensbereich anwenden zu wollen, äh, funktioniert argumentativ einfach nicht. So, das ist, das ist einfach, das ist einfach Blödsinn. Und bei Comedy-Shows denke ich mir halt auch so, ich finde, das ist so ein bisschen wie so Boxkämpfe. Also, wenn ich keine Gewalt mag, dann gehe ich ja auch nicht mit dem Boxkampf angucken. Und wenn ich leicht zu triggern bin oder so, dann, ja, dann sollte man sich vielleicht keine Comedy-Show von, von, von mir angucken, meinetwegen. Ich fand, ich fand interessant, dass der größte Shitstorm, den sie, glaube ich, bekommen haben, war der, wo sie sich über Affen lustig gemacht hat. Also, genauer genommen über verbrannte Affen im Krefelder Zoo. Ja, und das war der, das war auch wieder interessant, weil ich hab mich ja nicht über diese Affen lustig gemacht, sondern über die Leute. Also, erstmal über die Sache an sich, weil es ja schon wirklich eine absurde Schlagzeile ist, dass über Silvester ein Affenhaus in fucking Krefeld abbrennt, weil irgendwelche zwei deutschen Frauen ein Lampingon haben steigen lassen. Also, das ist ja mein Job, darüber witzig zu machen. Es kam aber nur so rüber, weil ja natürlich dann die Affen in der Beschreibung dann, weiß ich nicht, brennen gut und so weiter. Es sind natürlich dann doch die Affen. Ja, klar spielt man das dann, also man geht dann da hin. Ich fand es so interessant, dass eben gerade da der Shitstorm kam, ja. Also, ich meine, sie haben wirklich über alle und jeden sich lustig gemacht, also, oder über sich, was auch immer. Und da, da kam plötzlich dann die Reaktion. Das fand ich wirklich interessant. Das, manchmal kann man sich nicht... Was sagt das über ihr Publikum? Manchmal kann man... Nee, das war dann, das war Thema, weil die Bild sich darauf gestürzt hatte damals. So, und dann, dann hat es halt in so einer ganz, in so ganz... Das Video war ja vorher einfach ein sehr gut geklicktes, super Like-Dislike-Ratio-Video, ganz normal. Und dann ist es halt irgendwie in so eine andere Bubble geraten und da waren dann auf einmal sehr viele Leute irgendwie wütend. Und ich musste dann auch, es war wirklich absurd, ich musste dann irgendwie zwei, drei Wochen lang Shows unter Polizeischutz spielen, weil es dann so Anschlagsdrohungen auf Shows gab. Die wollten dann, waren dann so Nachrichten so, ja, du bist ja heute Abend in Göttingen, wollen wir doch mal sehen, wie lustig du brennende Häuser findest, nachdem wir die Show abgefackelt haben. Aber das ist doch interessant, dass Sie sagen, das ist sozusagen in dem Moment, wo es aus Ihrer Blase rausgeht, kriegt das eben, wird es falsch verstanden oder kommt es in den falschen Hals. Das ist ja mal ein Statement. Sie testen Ihre Sachen, indem Sie auftreten und dann sehen, was kommt an, was kommt nicht an. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht auftreten können? Wie finden Sie dann den Stoff für das neue Programm? Ja, gar nicht. Also ich habe trotzdem Ideen und so, mache dann halt Notizen, aber die wirklich auszuarbeiten, das geht in meinen Augen fast nur in Interaktion mit Publikum. Also es gibt so Jokes, so die kann man wirklich so schreiben, schreiben, aber die allermeisten Sachen muss man irgendwie einfach mal laut erzählen. Und also gerade bei so Beobachtungen, mir fällt irgendwas auf, da muss man irgendwie gucken, ist es ein Ding oder ist es nur mir aufgefallen. Geben Sie mir mal ein Beispiel. Also all you can eat. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie neulich die Beobachtung, ich gehe immer gerne spätabends einkaufen, weil alles leer ist und man einen guten Parkplatz findet. Und ich finde spätabends einkaufen cool, aber ich finde so die Obstabteilung ab 23 Uhr hat immer ein bisschen was von Reste ficken. Also es ist so ein bisschen wie Club um halb fünf. So und mit dem Gedanken bin ich da auf die Bühne und habe dann geguckt, ob das irgendwie funktioniert. Und irgendwie da merkt man schon bei den Reaktionen, ja okay, das ist ein Ding, das ist nicht nur mir aufgefallen. Und sie haben ja auch gerade genickt, ja man kennt es anscheinend. Ja, stimmt. Und dann verfolge ich es weiter und eigentlich beginnt ab dann erst so wirklich eine kreative Arbeit. Dann hat man eine Prämisse, von der man irgendwie das Gefühl hat, dass sie funktioniert und dann denkt man, okay, was kann man dann da noch dazu sagen. Und dann mit diesen neuen Ideen geht man dann zur nächsten Show und probiert die auch wieder aus. Und dann macht man wieder Trial and Error, das war witzig, das war scheiße. Schreiben Sie dabei oder ist das alles in Ihrem Kopf? Nee, ich habe immer so ein kleines Notizheft und da schreibe ich mir, also ich habe bei einem Auftritt eigentlich immer nur hier so, so ein paar Stichpunkte. Und die lege ich mir dann auf die Bühne und dann weiß ich ungefähr, was ich zu jedem Stichpunkt sagen wollte. Und dann nehme ich das entweder als Video oder als Audio auf. Darf ich mal? Na klar. Ups, kleines, aber jetzt ist es echt kaputt gegangen. Kleines schwarzes Büchlein, Stichpunkte Deutschland, Koks, Dat, Netflix, Rassismus, Kaffee, Obstreste ficken, da ist es, Kokoscreme. Kokoscreme, was ist mit Kokoscreme? Das können Sie sich in Berlin anklicken, komm. Und Gregor, wer ist der Letzte? Wutbürger, Briefkasten. Nicht schlecht, das ist Ihr Programm? Ja, das ist gerade so die, das ist gerade das Material, an dem ich jetzt zuletzt irgendwie gearbeitet habe, ja. Felix Lobricht ist zu Gast heute in diesem Podcast, ein junger Mann, der auf der Bühne steht und lange nicht auf der Bühne stehen konnte wegen Corona. Haben Sie eigentlich irgendetwas, wo Sie sagen, da würde ich gerne mal hinkommen, das möchte ich noch machen, meine Träume, meine Ziele, meine Pläne? Ja, ganz viele Ideen. Also ich würde zum Beispiel sehr gerne irgendwie mal, also Schauspiel, Schauspiel hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich nicht viel Rolle und Text hatte in meinem Film, aber das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Das würde ich gerne, ich würde gerne mal irgendwo gucken, ob ich das kann. Dann habe ich schon seit Ewigkeiten die Idee oder den Wunsch eine Sitcom zu schreiben, weil da gibt es auf jeden Fall, gut, ich verfolge es jetzt auch nicht, aber ich glaube es gibt nicht viele deutsche Sitcoms und von denen dann wahrscheinlich auch wenige gute. Das könnte ich mir noch gut vorstellen, dann würde ich gerne mein nächstes Buch irgendwie mal fertig schreiben, so an dem sitze ich auch schon ewig und verschiebe es immer weiter. Ach so, ganz viele Sachen, also ja und irgendwann würde ich vielleicht gerne mal irgendwo nach Italien mal zwei Jahre ziehen und da irgendwo in irgendeiner kleinen Unistadt dann mehr einen Master machen. Keine Ahnung. Erstmal kommt Weihnachten, Weihnachten ist für Sie besonders, weil Sie am Weihnachten Geburtstag haben. Ja, exakt. Das macht keinen Spaß, oder? Als Kind jedenfalls. Früher bei den Jokes habe ich nur einmal im Jahr gemerkt, dass wir kein Geld haben. Was machen Sie an diesen Weihnachten? Das Übliche, also wir sind, die Weihnachtsgängen sind immer Bruder, Schwester, Icke, mein Vater, seine Freundin, meine Oma, zwei von meinen Tanten und mein einer quasi Onkel hängen immer rum. Wir essen was, machen ein bisschen Geburtstagsgaga, dann ein bisschen Weihnachts, machen immer so Jülklub, also jeder zieht ein, jeder verschenkt ein Geschenk. Ich moderiere die Geschenkübergabe immer und danach hören wir irgendwie Musik, trinken ein bisschen was und irgendwann abends kommen dann meistens meine Kumpels zum Saufen vorbei. Klingt nach einem guten Plan. Nach einem guter Plan, ja. Dann frohe Weihnachten. Wünsche ich Ihnen auch, Frau Meischberger. Jetzt schon mal. War mir eine Ehre. War mir eine Freude, ich habe viel gelernt. Ja, wir sind die letzte Folge in dem Format, Leute. Wir sind die letzte Folge. Ihr hättet es mehr supporten sollen, jetzt ist es vorbei. Wir sind die letzte Folge in der Staffel Macht. Wir denken uns etwas Neues aus und kommen nächstes Jahr dann wieder und schauen, was es wird. Tschüss. Danke. Maischberger, der Podcast, ist eine Produktion von Vincent Productions im Auftrag des WDR. Redaktion Jens Holger Fink, Janne Hoppe. Ton und Schnitt, Mixwerk. Grafik, Frauke Weisshuhn. WDR-Redaktion, Elke Mahr, Dirk Müller. Danke.